Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen, endlich mal wieder zu einem kleinen Python-Let's-Code. Viel zu lang ist es her und heute habe ich gleich so ein Doppel-Let's-Code für euch dabei. Denn ja, was ihr vielleicht nicht wusstet, bei YouTube dürfen Thumbnails maximal 2 Megabyte groß sein. Und ich hatte damit schon häufiger Probleme und habe das Ganze mit Python automatisiert. Ja, solche kleinen Sachen kann man auch wunderbar machen. Aber was ihr zudem noch wunderbar machen könnt, ist zum Beispiel ein Wasserzeichen zu setzen. Und gerade sowas kann man sehr, sehr gut brauchen, wenn man zum Beispiel überlegt, sich einen Instagram-Post-Bot zu schreiben. Ich zeige euch ja hier mal Bruchstücke kombinieren in ein großes und ganzes Projekt, das dürft ihr selber machen. Aber gerade so ein Wasserzeichen auf Instagram-Bildern, die ihr dort postet, vielleicht irgendwie kleine Snippets oder sowas, das ist wahnsinnig hilfreich, denn so könnt ihr einfach verhindern, dass irgendjemand eure Bilder einfach klauen könnte. Also zwei Sachen, wir wollen... Ja, das war der Wecker, es tut mir sehr leid. Wir wollen heute einmal Bilder komprimieren und wir wollen einmal ein Wasserzeichen auf das Bild setzen. Das sind zwei Funktionen und die machen wir beide auf einmal und zwar für dieses Bild hier, Anonymous 438427640. Genau, das haben wir irgendwann anders mal benutzt und ich re-use es einfach ganz, ganz dreist. Heute mit dabei für euch ist wieder unser Partner GetInIT. Falls ihr sie noch nicht kennt, bei GetInIT können so intelligente Menschen wie ihr, die sich ja freiwillig so eine Infobombe wie die Videos dieses Kanals hier geben, ein Konto gratis erstellen, dort eintragen, was genau sie gut können und anschließend Jobangebote bekommen. Das heißt, indem ihr einfach nur eintragt, was ihr schon könnt, suchen Firmen sich aus, wer am besten zu ihnen passt. Schreiben euch dann an und ihr bekommt einen Job, der zumindest nach der Meinung der Firma ganz gut zu euch passt. Das Ganze ist für euch komplett kostenlos. Bezahlen müssen die Firmen, die euch wollen. Also wenn ihr jetzt oder in Zukunft einen Job in der Welt der IT sucht, meldet euch gerne an. Link ist in der Beschreibung. Okay, also zunächst einmal, wir brauchen hier eine Bibliothek und die kennen wir sogar schon. Das hier ist nämlich auch gleichzeitig ein Tutorial für, oder ein Update-Tutorial für die Pillow-Serie. Import Pill brauchen wir. Und aus Pill ziehen wir noch separat was hinzu, nämlich einmal Image. Die Image-Klasse will ich nicht jedes Mal mit Pill.Image ansprechen, sonst ist das einfach zu viel. Und ja, jetzt haben wir hier im Endeffekt die, also ich mache das jetzt mal schön ordentlich. Wenn wir hier einen Einsprungpunkt haben, wenn der Name gleich gleich Main ist, dann soll doch bitte Folgendes passieren. Dann möchte ich mein Bild laden und dann möchte ich das hier in meine zwei Funktionen reinstecken. Dann kann ich natürlich auch noch switchen, sagen, hey, soll nicht rein, soll doch rein. Aber ein Bild zu laden, das geht erstmal relativ einfach. Ich kann hier über, also meine Variable nenne ich Image einfach, und ich kann über Image, das was ich oben importiert habe, mit .open einfach eine Datei übergeben. Und diese Datei kann in mehreren Arten übergeben werden. Das heißt, hier haben wir einmal in String, Bytes oder einen Pfad. Und genau, das machen wir jetzt. Wir nehmen uns hier den Pfad, äh, slash Images, slash Anonymous, ich glaube, das sollte stimmen. Wenn wir ein anderes Bild nehmen, ist das auch nicht so dramatisch. So, das sollte unser Bild hier sein. Und jetzt können wir das Ganze hier schon mal laufen lassen. Dann sehen wir, oh oh, no such file or directory, äh, da muss natürlich noch ein Punkt vorne dran, so, Punkt, slash. Und jetzt sehen wir hier, okay, das funktioniert zumindest schon mal, das ist schon mal sehr gut. Jetzt wollen wir natürlich hier irgendwas machen. Und, ähm, das werden wir jetzt in den zwei Funktionen machen. Einmal haben wir hier die Funktion save compressed. Also, das ist quasi direkt ein Speichern als komprimiertes Bild. Das machen wir hier rein. Und, wie gesagt, das ist nur eine sehr, sehr kleine Funktion, die ich einfach, ähm, auch selber, ähm, immer wieder benutze, weil sie halt so schön praktisch ist. Und einmal haben wir hier die Funktion dev watermark. Watermark, Wasserzeichen, ja, ihr versteht. Und, ähm, wir starten mal mit der watermark-Funktion. Und ich werde jetzt hier auch tatsächlich das Bild gar nicht speichern, sondern ich werde einfach watermark von dem Image aufrufen und das hier als Parameter übergeben. Und damit kann ich hier drin natürlich einfach weitermachen. Ich werde das jetzt auch einfach hier anzeigen, damit wir sehen können, was passiert. Das heißt, wenn ich das jetzt starte, wird mir aktuell einfach ein Bild angezeigt. Das sieht dann so aus. Und wir sehen, naja, dass wir nicht besonders viel sehen. Später speichern wir das Ganze auch noch, keine Sorge. Okay, jetzt möchte ich hier tatsächlich einen, ähm, einen Text draufschreiben. Das heißt, ich importiere mich hier oben, dass ich quasi auf mein Bild Text draufschreiben kann. Image-Font ist das, was ich brauche. Und, ähm, vielleicht sogar noch, machen wir mal Image-Draw noch mit. Ich glaube, das werden wir auch brauchen. Beziehungsweise das brauchen wir sogar als erstes. Okay, ähm, und wenn ich jetzt watermarked, also mein wassergezeichnetes Bild baue, dann nehme ich dazu Image-Draw und, ähm, zeichne mir da halt einfach erstmal mein Bild drauf. Ja, das heißt Draw und dann packe ich hier mein Image rein. So, und was ich jetzt mit dem Ding mache, ähm, machen wir hier mal einen Watermarked-Punkt, äh, beziehungsweise Watermarked-Show geht nicht. Ähm, wir machen das anders. Wir machen hier einmal den Text, den wir draufschreiben wollen, darauf und dann zeigen wir uns das Bild an. Das heißt, unser Watermarked bekommt jetzt einen Punkt Text. Ihr seht hier übrigens, ihr könnt hier wahnsinnig viel drauf machen. Ihr könnt hier auch einfach eine Bitmap draufschreiben oder, ähm, einen Punkt drauf machen oder sogar einen Polygon oder was auch immer ihr machen wollt. Also ihr könnt hier auch tatsächlich eine Bitmap draufzeichnen, wenn ihr keinen Text wollt, sondern, ähm, sondern lieber ein Bild. Ähm, wir wollen hier allerdings erstmal einen Text draufschreiben und, äh, den packen wir hier erstmal an die Position, die wir uns aussuchen wollen. Ähm, Position würde ich jetzt hier einfach mal vorschlagen. Das ist ein Tuple, äh, machen wir mal 0,0. Ja, damit wir einfach mal sehen, wo das Ding hinführt, dann wollen wir, ähm, den Text, the, ups, ich sollte mich wenigstens richtig schreiben, the Morpheus. Und anschließend wollen wir das in eine bestimmte, ähm, wobei, das lassen wir erstmal. Die Option zeige ich euch gleich nachher. So, wenn ich das jetzt hier starte, sehen wir, dass hier oben schon the Morpheus draufsteht. Das ist jetzt nicht gerade hübsch, aber vor allem ist es links abgeschnitten. Und dementsprechend würde ich mich hier auch dafür bemühen, dass wir hier vielleicht so 10 nach drüben fahren. So, und vielleicht von oben auch noch ein kleines bisschen Abstand. Vielleicht machen wir hier auch keine 10 draus, vielleicht machen wir hier nur 5 draus. Und von oben machen wir 2. Nur damit es ein bisschen, äh, ein bisschen lockerer ist. Und schon haben wir im Endeffekt einen Watermark. Ihr könnt selbstverständlich das Watermark auch nach unten verschieben. Ähm, dann müsst ihr natürlich einfach die Werte anpassen, sodass die auf euer Bild drauf passen, ja. Dass die halt hier unten landen. Und, ja, das ist schon unser erstes Watermark. Jetzt kann ich hier selbstverständlich auch noch weiter gehen und, ähm, zum Beispiel sagen, wie das ganze Ding... Also, ich kann natürlich hier auch ein richtiges Font draus machen. Ich kann alles draus machen. So, das ist alles intern von der Library Pill. Ähm, und was wir hier aber noch machen wollen, ist vielleicht ein, ähm, ein Bitmap. Und dazu muss ich jetzt erstmal kurz mein Logo kopieren gehen. So, wir brauchen selbstverständlich hier auch wieder die Position. Hier machen wir mal 50-50. Und wir packen hier ein Bitmap-Image rein. Das heißt, äh, wir stellen hier fest, welches Bild das eigentlich sein soll. Das machen wir mit image.open. Und zwar, ich hab das jetzt mal in, äh, Punkt-Slash-Images rein kopiert. Slash, das müsste M-O-Logo-Transparent-White sein. Das ist jetzt das weiße Logo von mir, weil das einfach ein sehr dunkles Bild ist. So, und das lassen wir jetzt mal hier drüber laufen. Und wir sehen, äh, es ist ein bisschen groß geraten. Ähm, vielleicht skalieren wir das ein bisschen runter. Ist nur die Frage, ob ich hier das, ähm, jetzt muss ich gucken, wie groß das ist. So, wir nehmen ein anderes, wir nehmen mein quadratisches Bild. Das ist nämlich, da stehen die Pixelgrößen auch immer dabei. Hier drüber hauern müsste es, nein, das steht hier nicht dabei. Okay. Ähm, komm schon, sag's mir. So, ähm, 1300, genau, das ist jetzt quadratisch 1384 mal 1384. Da muss ich nicht rechnen, ja. Ähm, deswegen, wir machen hier hinten dran einen Punkt-Resize, weil wir das nämlich neu formatieren möchten. Und sagen hier, das soll bitte 50 auf 50 groß sein. So, probieren wir das mal. Und wir bekommen einen Fehler, selbstverständlich. Äh, weil ich hier einen Tupel angeben muss. Und kein Bild, äh, kein, kein Wert an sich. So. Jetzt sehen wir hier, tada, das ist doch eigentlich schon mal viel, viel besser. So ein kleines MO hier oben, das ist viel, viel besser. Und wundert euch nicht, es ist ein bisschen verpixelt, weil das Bild auch nicht so hochauflösend ist, ja. Ich scroll hier gerade ran, die Originalgröße sieht irgendwie so aus. So, das heißt, ich hab hier Text und jetzt möchte ich den, äh, mein Icon vielleicht noch unten drunter positionieren. Das machen wir mal vielleicht bei, ich glaube, so bei 10, 10 könnte ganz gut sein. Aber ich bin mir nicht sicher, wir gucken mal. Doch, das sieht doch super aus. So, vielleicht ein Ticken mehr. Sagen wir, sagen wir 12 und hier machen wir dafür nur 9. Sowas in die Richtung. Also muss man ein bisschen mit den Werten rumspielen. So finde ich, sieht's gut aus. Und ja, natürlich könnte ich das jetzt auch hier unten hin machen, aber ich kann's auch hier oben links lassen. Wenn ihr sowas braucht, dann genau so machen. Also so kann man wunderbar sich hier automatisch eben das Ding mit einem Wasserzeichen versehen. Das hier könnt ihr ja über Kommandozeile machen oder immer ein bestimmtes Bild oder so damit benutzen. Ähm, geht relativ problemlos. Kann man auch automatisch laufen lassen. Kennt ihr alles. So, jetzt haben wir aber trotzdem noch ein Problem. Wenn ich das Ding jetzt hier schaue, dann bringt mir das natürlich recht wenig. Was ich stattdessen machen möchte, ist, ich möchte es speichern. Und da meine Bilder mindestens Full HD sind oder sogar 4K, hab ich regelmäßig Schwierigkeiten mit, ähm, ja, sagen wir einfach mal, wie YouTube diese Bilder, ähm, verarbeiten kann. Weil Bilder oder Thumbnails auf YouTube dürfen maximal 2 MB groß sein. Und diese 2 MB, die überschreite ich regelmäßig. Vor allem, wenn ich es als PNG speichere. Was ich also machen möchte, ist, ich möchte eine komprimierte Version des Bildes speichern. Und, ähm, dazu machen wir folgendes. Wir packen das jetzt hier rein und wir schauen uns erstmal vorher folgendes an. Wir machen mal hier unten Image.show. Und das ist eine interessante Thematik eigentlich. Denn wir sehen hier, da ist jetzt auch was drauf. Ja, das ist hier drauf editiert worden. Jetzt, wie ist das möglich? Naja, wir haben das Image hier geöffnet. Wir haben dann das Watermark drauf gelegt. Und wir arbeiten hier mit Watermark direkt auf unserem Bild. Das heißt, wir arbeiten auf der Referenz des Bildes und zeichnen da quasi drauf rum. Das heißt, wir verändern diese Variable und brauchen hier keinen Return-Wert. Das ist ein großer, wichtiger Schritt. Ähm, denn hier müssten wir sonst das Image überschreiben. Wir können es aber hier unten einfach benutzen. Okay, das vielleicht noch so am Rande. Jetzt wollen wir hier oben auch das Bild natürlich als Safe Compressed übergeben und benutzen einfach diese Methode hier, Safe Compressed, von unserem Image. Und das könnten wir natürlich auch hier machen, aber ich will euch die Möglichkeit geben, dass ihr das separat entscheidet, ob ihr es vielleicht komprimiert speichern wollt oder auch nicht. Und das geht eigentlich relativ einfach. Wir können hier die Image.save-Methode auswählen. Und zwar möchte ich das speichern unter images, images, slash, ähm, thump.jpg. So, das ist quasi meine, ähm, ja, meine, mein Bild jetzt. So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Das Bild wurde bearbeitet. Das Bild ist jetzt, ach du Schande, ähm, Sekunden. So, das Bild ist hier unter thump.jpg und da ist auch das Watermark drauf. Hat also alles wunderbar geklappt. Das Originalbild ist übrigens unbearbeitet, ja. Also da ist kein Watermark drauf. Ihr arbeitet nicht auf dem originalen Bild. So, und was wir hier sehen können ist, das Bild hat 36,3 Kilobyte. So, diese 36,3 Kilobyte sind natürlich überhaupt kein Problem für YouTube. Äh, zwei Megabyte sind das Limit. Normalerweise arbeite ich aber auf Bildern, die etwas größer sind als 640 auf, äh, irgendwas. Ja, das ist gerade mal 640 Pixel hoch oder breit. Und, ähm, deswegen muss man hier öfters mal ein bisschen was an der Qualität rumschrauben. Ähm, ihr könnt nämlich bei der Save-Funktion hier nicht nur angeben, ey, ihr wollt es speichern. Übrigens, ich kann das Ganze hier auch als PNG speichern. Das sieht dann so aus. Images. So, mein PNG hat 287 Kilobyte. Das heißt, wenn wir es als JPEG speichern, haben wir schon mal massiv viel gewonnen. Wenn wir jetzt allerdings noch ein bisschen mehr hergehen wollen, dann können wir das als JPEG speichern. Sagen hier, wie die Encodierung sein soll, nämlich JPEG. Und sagen dann, bitte optimiere mein Bild noch. Optimize ist gleich true. Und, ja, das sollte ich vielleicht zusammenschreiben. Optimize ist gleich true. Und dann kann ich hier hinten auch die Quality setzen. Quality. Stimmt das? Quality sieht richtig aus. So, und jetzt habe ich hier Optionen von 100 bis 1 runter. Und ich zeige euch mal eben die Unterschiede. 100 wäre das hier. Ich mache das hier mal zu. So, 100 wäre das hier. Dann haben wir ein Bild, das 126 Kilobyte hat. Und es sieht so aus. Das heißt, wir haben hier eigentlich fast keinen Verlust drin. Das sieht ziemlich original gut aus. Also, wie gesagt, das ist halt nur eine nicht so hohe Auflösung. Aber es ist zumindest gar nicht mal so schlecht. Jetzt kann ich hier aber die Qualität auch runterstellen bis 1. Und dann sieht das Ganze halt so aus. Habe ich ein Bild mit 3,87 Kilobyte. Das heißt, hier haben wir, ähm, grob das Bild um, keine Ahnung, Faktor 30 oder sowas, ähm, kleiner gemacht. Das heißt, es sieht jetzt halt dementsprechend schlechter aus, ja. Man kann nicht mehr viel erkennen. Man kann auch erkennen, was es war. Und hier ist immer so ein bisschen die Frage, was braucht ihr? Wie gut muss eure Qualität sein? Ich, ähm, also für meine Zwecke reicht es meistens aus, wenn ich das Thumbnail in 1080p, also in Full HD, erstelle und dann auf JPEG einfach umstelle. Dann sind die Bilder, also mit 100 Prozent hier. Also das reicht meistens aus, um unter 2 Megabyte zu bleiben. Allerdings garantiert ist das nicht. Und wenn wir uns das Ganze nochmal angucken, dann sehen wir, dass der Abstieg sozusagen nicht komplett linear ist. Nur mal kurz zum Vergleich. 126 Kilobyte, wenn wir hier auf 90 Stellen, Qualität, dann sind wir schon nur noch bei 65 Kilobyte, ja. Das heißt, die ersten 10 Prozent hier, also die ersten 10 Prozent, die wir sagen, es wird schlechter, es darf schlechter werden, sparen wir ungefähr 50 Prozent der gesamten Kapazität oder des Verbrauchs ein. Und ganz ehrlich, die merkt man hier nicht wirklich. Das heißt, was ich meistens mache, ist, wenn ich irgendwas, ähm, wenn ich irgendwas für Web optimiere, ich stelle auf 90. Und wenn es noch ein bisschen kleiner sein soll, dann stelle ich sogar auf 80, denn da können wir nochmal ordentlich sparen. Zum Vergleich, hier nochmal fast 50 Prozent oben drauf gespart. Das heißt, wir sind jetzt bei einem Viertel der Originalgröße. Einfach nur, wenn wir die, ähm, wenn wir die Qualität von 100 auf 80 runterstellen. Und zum Vergleich, wenn wir sie auf, ja, wenn wir sie auf 10 runterstellen, sind wir hier bei 7,66. Das heißt, danach sparen wir nicht mehr ganz so viel. Klar, natürlich, wir reduzieren die Größe immer noch, aber die ersten 10 Prozent sind die stärksten mit Abstand. Und die nächsten 10 Prozent sind auch nochmal die danach die stärksten 10 Prozent. So ist das quasi designt. Das ist ein bisschen, ähm, je höher die Qualität ist, desto mehr Platz braucht sie. 100 Prozent braucht wahnsinnig viel Platz. 90 Prozent braucht ungefähr die Hälfte. 80 Prozent braucht ungefähr die Hälfte von den 90 Prozent und so weiter und so fort. Ähm, also das ist zumindest so der Richtwert, den man hat. Und, ähm, ja, deswegen, ähm, 80 Prozent, gerade wenn ihr auch Bilder für Web macht, ja, für Webseiten, ähm, ist es wahnsinnig wichtig, dass diese Bilder sehr klein sind. Weil manche Leute eben mobiles Internet haben und ihr wisst, wie gut unser Internetausbau hier in Deutschland ist. In anderen Ländern mag das vielleicht ein bisschen anders sein. Trotzdem schadet es auch eurem Server nicht, wenn die Datenrate ein bisschen limitiert wird. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch für eure Projekte ein bisschen was helfen. Vielleicht könnt ihr es ja irgendwo benutzen. Das Skript liegt wie immer auf GitHub und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.